hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge ls 19 hier auf der untergrießbach mit dem party hallo de menschen hallo wo bist du heute hier party das macht die vertretung normalerweise das tag immer die vertretung für irgendjemanden ich übernehme sein posten hier wird durch die gegend gewechselt habe ich schon gehört ja ist ja schön schön dass einrichten konnte ist ja er ist ein bisschen dunkel hier vielleicht hast du es gesehen noch mal ein bisschen kann nicht an sehr gut ob gott ich habe wieder den klassischen fehler gemacht zeitengroß wurde nicht aufgebaut man da hätte man wieder das mit die profis wieder nicht hast du schon einen schneidungswagen gesehen da steht da hinten beim aufstieg von lkw also wir sollen da hinkommen ja einmal der liebe den suku hat sich eine mission geholt glaube ich ne und wie ja der party und ich holen da haben wir uns jetzt in prescher mission organisiert damit wir da mal ein bisschen vorankommen also ich weiß nicht wie das machen soll so aktive lenkung an ja aus ja nicht richtig hatte ich habe das jetzt noch nicht verstanden heißt es jetzt zugführer lokführer lokführer oder triebfahrzeugführer ist mir viel zu lang ich habe immer wieder widersprüchliche aussagen gehört im live film man will mich ja nur bloß mit damit ärgern und wir sehen ach so ja wirklich was wir als wir ärgern uns doch nicht bei bg nein wir haben uns alle gern doch sagen sieht ein bisschen mickiger aus aber ich will es mir jetzt nicht beklagen wenn du das passt nicht naja irgendwie schon aber müsste ja viel ja guck mal es sieht nicht so schlecht aus muss man sagen ist die sieben in der nähe oder ist die weiter weg die ist ziemlich weit hinten oben in der ecke also da so an der bga vorbei ich das so mache müsste passen der hände ist ein bisschen kleiner also wenn ich was bemüßt bemängeln müsste hier wer ist der händler wahrscheinlich was tun sie denn die kai tut mir was ja die ist ein bisschen grob hier ja möchten immer kuscheln aber ich möchte das jetzt nicht ich möchte das jetzt nicht gerade nicht es mal nicht schlecht ok ich spreche die aus den so cool war nicht so cool party das muss jetzt nicht sein es ist noch zu früh am abend dafür das stimmt dass wir am 18 uhr bis danach genau so zwei stunden später auch vielleicht wir haben ja ein bisschen gelten nein gleich nicht mehr also ich bin immer der sonst geld und ja ja ich glaube ich hätte mal grafik wird man gesagt aber hat man darüber gesprochen das ist richtig ja ich weiß wollen wir da mal das recht ist in das echtes investieren tief in den fans war doch was genau die ganze kohle für ein gerät weg ja weiß ich nicht ansonsten wenn wir sagen okay wir mieten noch eine runde gesagt hat uns noch die 46 kaufen 95.000 weil ich darauf momentan gar nicht da könnten wir direkt auch noch mit meist auf klatschen dieser war kleiner ist neben der 45 jahre sind genauso groß im grunde hat nur quadratisch schere quadratisch praktisch gut sagte ja ich wäre wäre eher für den felder kauf also die 46 ja auch noch eine andere idee dieses ertragspotenzial von 83 prozent plus das zu wenig das ist zu wenig ich würde eventuell die 41 war die hat nämlich 120 prozent ertragspotenzial das hat man das nicht mit der arbeitung nein das liegt an den bodentypen je schlechter der boden ist also der wenn der bodentyp gelb ist das ist auch das lehmiger sand ja genau und das ist der schlechteste boden den es gibt okay dann bist du schon mal tiefer in der materie von physischen farming als ich spiel mit physischen farming seitdem ist das dlc gibt oder dieses addon dazu okay ein kleiner fanboys achse ja es gibt auch keine karte mehr ohne physischen farming bei mir ja das kann ich so bestätigen und auch extrem gut also ich brauche mich auch so sind 22 er kommen soll das kommt auch weg und rein ja von mir das auch die 41 also kommen halt ein bisschen rum neu ist auch nicht verkehrt relativ von der fernhof alter der verkehr ist eine katastrophe ihr euch denn kaufen kann so machen wir ja schon was aber weg die kohle so wo kommen wir denn hier rein hier wird es nichts hier vorne und dem muss jetzt echt wieder umdrehen ja natürlich habe ich ja gar keinen bock jetzt auf hier komme ich auch ein alles gut ich habe dicke gefunden ja werden wird natürlich auch unseren eigenen dresche nehmen können aber ja hat schon einen grund warum das so ein großes fettes gerät dabei ist auch so ihr boden kein stroh kein gar nix geil da gab es mal eine karte glaube ich wo das ging ich weiß aber nicht mehr wo das war irgendwo in thüringen war das die soja stroh mais stengel das ist dafür sogar den skripten stormy heißt das aber das beißt sich mit mais plus ehrlich ja leider aber das ist ein quatsch könntest du sogar richtig ballen auf die sachen ist richtig ein problem wenn du es romy und meist lust drin hast hast du bei der kritikale beim rocken und beim ding geht kein stroh ja ja das auf mehr da haben wir doch bestimmt noch was am hof die ich denke schon es wird hügelig hier wo das ist aber schön die 41 muss nicht geprüft werden das schon mal ein gutes feld ja aber die gruppe wahrscheinlich weil die ist nämlich abgeerntet ich glaube der gruppe ist gerade auf einer missung unterwegs schwierig oder hat denn sogar so die mitgeräte okay dann ist der kuba frei haben den reinen kubber das ja doch doch haben wir auch gekauft ja ist hier in der halle um ihr gepackt ich muss auch orange der ungetüm aber ich muss auch mal wieder schalten ich finde ich einen dünger hier und haben wir keine mehr also das hier oben da an der buchstall das kalt alles ach das ist kalt ja widerlich voll ekelhaft aber das fett muss erst mal gescannt werden ja aber es geht um den der sich gerade meldet der braucht auch der wo es 46 genau über 40 ich proband ist eine plädte über der reichen als jemand warum tag heute abgesagt hat arbeit arbeit ich habe gedacht dachte ich auch aber gut ich bin beschäftigt sonst was gibt es neues aus dem leben so vor sich hin arbeit hier arbeit da was da kann urlaub mehr partie das kenne ich gar nicht von dir viel arbeit geht schon der übersichtlich er sagt man so schneller geht dann nicht in deinem job ist bei dir eigentlich eine steigerung von arbeit ist anstrengend oder eine andere arbeit anstrengender weil ich meine dass hier ist es ja im prinzip egal wie viele tonnen hinter deiner lockt hast naja man hat trotzdem schon so ein anderes gefühl je schwerer dazu führt weil das bremsverhalten ändert sich halt ja auch ja gut klar aber das sind dann mal nur früher bremsen und ja aber aber wenn man vorausschaut fährt dann geht es eigentlich das ist nicht das problem aber hast du schon mal gehabt zum beispiel dass irgendwie einfach so ein baum vor dir lag und du konntest nicht mal bremsen warum ja durch den baum bin ich auch schon durchmarschiert weil das was sollst du also die denke sagen wenn du irgendwie keine ahnung da müssen ja wieviel tonnen hast du hinterher also so im schnitt fahre ich wenn die züge beladen sind so die 2000 tonnen ja wollte ich also letzte woche sonntag wo ich arbeiten war da hatte ich einen zug für kiefers felden vorgefahren da hat er auch wieder knapp 2000 tonnen diesel 2000 tonnen vorstellen dann kann man das mal hochrechnen wie vier lkw ist das sind ja ja gut krass aber ich sage jetzt mal wenn du 2000 tonnen hast naja und du siehst ein baum da brauchst du gar nicht auf die fremde auf die bremse drauf drücken muss schon machen weil auch ein baum kann zu einer entgleisung führen je dicker er ist und wenn sie sich das alles drunter verkeilt erkennen dann auch zum beispiel die wagen entgleisen et cetera pp das ist halt mit diesel dahinter wird nicht unbedingt und das schwappt er kann immer noch ein bisschen nach war das nicht ein traumjob ja ja gut mit 16 hatte ich den bezug zur landwirtschaft glaube ich glaube wenn du so ihr denkst im frühen alter ich will land wird werden als ein großes problem wo willst du jetzt aus der stegreif ein hofer bekommen land herbekommen maschinen herbekommen und so weiter das richtig ist ja wenn es nicht geerbt herrscht ist es einfach schwierig glaube ich ist richtig aber wir hier im osten haben ja große agrargenossenschaften mit ziemlich viel hektar schlägen also die bewirtschaften ja teilweise 1000 hektar et cetera und die suchen halt auch immer leute zum land wird wird das durchschnittlich bezahlt oder eher schlechter ich weiß es hatte nicht und der landwirt wird glaube ich schlechter bezahlt dazu die haben und die entlohnung ist nicht die beste ist es aber in vielen berufszweigen so wo ich mir auch sage da könnte ein bisschen mehr eine pflege zum beispiel ja das ist ein alt bekanntes thema also auch weil ich gefragt worden bin ob ich das letzte mal mit gestreckt habe nein ich habe nicht mit gestreckt ich bin ich in der gdl du bist wo aber wisse ich bin in keiner gewerkschaft drinnen kannst du selber entscheiden das kann ich selber entscheiden ich muss da nicht rein ich muss da nicht rein und mein unternehmen ist auch zu klein dafür dass wir da eine gewerkschaft brauchen kommt immer noch nicht auf die 2000 tonnen klar warum ja es geht wir fahren nach salzburg fahren wir 2700 tonnen biodiesel dürft ihr fahren wieviel ihr wollt nein nein weil ich sag mal beim lkw ist es so 24 tonnen warm fertig also gesamt 40 tonnen das war's mehr gehen wir haben eine fahrplanlast ja aber die wird halt immer von uns mit bestellt wie viel tonnen wir fahren wir fahren in deutschland bis zu knapp 5000 tonnen züge das sind zum beispiel die erz züge in die dillinger hütte die bewegen sich mit knapp 5000 tonnen deutschland hast du da keine langen brücken unterwegs die einfach mal zusammen stürzen bei 5000 tonnen nein nein die strecken sind alle dafür ausgebaut die haben alle ihre strecken klassen strecken klasse d haben wir in deutschland großteils verbaut das ist die höchste strecken klasse die wir haben können damit können wir mit einer achslast von 22 und halb tonnen form also das geht dann halt auf achslast und die erzbomber die haben ja dann pro wagen sechs achsen somit wird das gewicht halt verteilt über die achsen jetzt habe ich noch eine abschließende frage bevor die folge vorbei ist wie viel von wieviel wagons reden wir was du da ziehst ich habe im schnitt bei den kesselwagen zügen zwischen 20 und 24 wagen das geht eigentlich das geht eigentlich aber haben halt ein fassungsvermögen von knapp 90.000 liter lang davon was heißt ganz lang ja so ein kesselzug also wie gesagt wir reden hier von 2000 tonnen er hat eine gesamtzug länge mit lockt so um die 360 bis 390 meter also das ist nicht viel aber halt auf die länge gesehen und die tonnage ist es halt doch ein bisschen was hätte ich mir nicht acht gut weil normalerweise als normalen ziehst du oder fährt ein güterzug das war es ja mehr ist es ja für den aus und jeden nicht richtig gut ja liebe leute für heute sind wir erst mal fertig danke fürs zuschauen danke fürs dabei sein wenn es euch gefallen hat laske einen daumen oben da wenn ihr fragen habt zum party seinem spannenden beruf schreibt die gerne in die kommentare er wird sie eh nicht beantworten vielleicht doch mal gucken wir sehen uns beim nächsten wieder bis dahin macht's gut